die ritterliche ausbildung fangen wir jetzt komplett vorne an weil wir versuchen hier den mittleren strang zu schaffen und wir haben uns fehlen noch zwei das wird für den mittleren strang sein der sich irgendwie aufteilt wahrscheinlich witterliche ausbildung Das ist aber noch ein bisschen Loot. Ein Loot-Last. Ist dies das Gewand einer Rittermacht? Ritterausbildung. Das ist das Gewand einer Rittermacht von Favonius zu werden. Ich habe Amber, wie ein Barren-Bunnen zu machen. Oh und Kai hat mich sehr beschäftigt. Ich habe sogar die Sparke-Night für ihre Erfahrungen zu vermitteln. Obwohl... Master Jean uns kurz vor kurzem begann. Eigentlich... Ich habe immer noch eine Rittermacht zu bekommen. Ich habe mich überrascht, dass es zu schuldig sein könnte. Ich habe dich auf den Straßen von Mondstadt gesehen. Aber ich war immer zu viel, um dich zu schuldigen. Ich habe heute die Klinik für die Nacht und habe mein Training angefangen, als ich dich gesehen habe. Ich... Oh... Wenn es nicht zu viel Problem ist... Könnte ich dich für ein paar Gelegenheit auf meinem Chivalric Training fragen? Na klar, wo sollen wir anfangen? Ich... Ich... Ich würde gerne deine Meinung auf etwas bekommen, als Senior-Night. Ich habe mich mit meinen maillischen Begrüssen und maillischen Übungen geschlossen. Aber die Trainingprogresse hat ein bisschen lang. Witterliche Übungen? Witterliche Übungen? Ich habe mich mit einem Enduranz-Trainern. 100 Push-ups, 100 Sit-ups, 100 Squats... ... und 2 Laps rund der Mondstadt als eine Morgenroutine. Ich bin eigentlich unglaublich beschäftigt jeden Tag. Es ist nur... dass ich immer fühle, dass etwas fehlt. Was dir fehlt, ist Stärke. Kannst du das mir zeigen? Ja, natürlich. Ich habe es. Ich habe es. Lass uns zum Trainingsplatz in den Knights von Avonius' Headquarters gehen. Es sollten einige Trainings-Dummies sein. Nuells Stärke zum Trinklungsplatz. Lassen wir sie jetzt schwitzen. So richtig schwitzen für uns. Bevor ich nicht mache, können wir es auf die unserer Vorstellung zu sehen? Das ist nicht. Wir müssen die Vorstellung erwähnen. Also sehen wir uns zu sehen. Auch bei uns im Krieg vorigen trainings platz wieder hoch das ist interessant ist die deko büsche findet man nicht nur in monstadt findet man auch außerhalb im hey nouell are you here for the training to how our honorary night is come to hi ellen i was just asking the honorary night for training advice they want to see my basic skills first do you still have spare training dummies here Oh, die Basis-Skills Noelle, hm? Dann werden die normalen Dummies nicht machen. Es ist egal, wie wir sie aufbauen, da werden sie nichts, wenn Noelle mit ihnen fertig ist. Es ist Noelle, nachher. Ich denke, wie muss ich sie aufbauen? Ah, ich habe es, einen Moment. Das wird für Noelle besser funktionieren. Wirklich ist das nicht zu schwer für sie? Das könnte ein Problem sein. Es gibt sicher viele. Nicht wahr ist es bestimmt zu viele. Es wird sicherlich ein bisschen eine Klinik benötigt. Warum ist Noelle ... Sie planen, sie alle in einem Weg zu zerstören? Mit unglaublicher Stärke. Danke. Oh, Sie sind sehr nett. Die Klinik von der Honorary-Klinik ist eine große Klinik. Aber, leider, ich bin Angst, dass meine Stärke ist das einzige, was ich wirklich bin. Every time ich train und compete mit den Kliniken, ich kann nicht herausfinden, wie sie benutzen. Es wird noch stärker werden. Es wird noch stärker werden. Aber natürlich ... Oh ... Im Vergleich zu der Honorary-Klinik, der den Storben-Terror-Klinik hat, ich habe nicht fast genug Stärke. Bitte teach mir, Honorary-Klinik. Wie trainst du dich normalerweise? Ich setze mal Schwert in Tai, ich war Tai-Wert für den Bergbauern. Mining? Du ... Du benutzt deine Schwert für ... Mining? Oh, dann wieder. Mining bildet Armstrengung. Und dann gibt es das Hiking zwischen Orvainn. Vielleicht sogar ein Monster oder zwei, um die Weg zu kämpfen. Oh ... So, das ist die Honorary-Klinik-Training-Method, richtig? Ich muss es versuchen. Bereite dich gut vor, Bapper. Es ist nicht so leicht, wie es klingt. Kein Problem. Lass es mir. Also, wir sind wirklich über die Mining gehen? Du zwei sind etwas anderes. Oh, gut. Let's go practice on some nearby outcrops. Hä? Komm mal her, Pilz. Und ich nehme auch noch mit, wenn wir hier schon rumklettern. Ja, also dahinten laufe ich jetzt. Nee, nee. Das ist zu weit zum Laufen. Ich bin schneller beim Porn. Ich bin schneller beim Porn. Das ist alles. Zum Ausprobieren, wir haben sie halt selber schon. Und die nächste Erzader. Das kann man doch bestimmt ein bisschen Schwertschwecken machen. Oh. Nicht im geringsten. Ja. 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 Oh. 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 weil eben trainings waren machen es hat auch die ganze zeit sondern nicht er meint es mit ihrer städte Lässt sich das mit Putzarbeiten für die Ritte überhaupt vergleichen? Du hast dich viel besser geschlagen als erwartet, um ehrlich zu sein. Eine bodenständige Magd. Nur ein Haufen Steine. Nur ein Haufen Steine, ja. Da liegt er sogar noch. Ach, so zuhauen kann sie, das steht fest. Ach, wie erwartet. Fragt ihr, wie das andere Training dann aussieht bei ihr. So, wenn wir hier das wieder aus- und Ereignis starten. Training. Machen wir hier ein bisschen ein paar Trainingsübungen. Aber diesmal praktische Übungen an Stärke. Das geht mal ja schon. Das wird viel besser funktionieren für Noelle. Ja. Warum ist Noelle... Welch unglaubliche Stärke. Oh, du bist so nett. Ja, du bist so nett. Die Ritte von der Honorary Knight ist eine sehr große Ritte. Aber leider, ich bin Angst, dass meine Stärke ist, dass meine Stärke ist das einzige, was ich wirklich confident bin. Mangelt es dir vielleicht an echter Kampf, Avao. Noelle, du warst dir im Mondstadt fast nicht für Training, oder? Du könntest in Mondstadt's Umgebung beginnen. Hier ist um Mondstadt's Umgebung beginnt. Ja. Ah. Es ist spät. Die Glocken läuten. Es wird nett, warum... Hier wir sind. Let's starten mit Dio's Lines. Ich habe eigentlich auch noch Zeit. Boah, ja. Oh, das ist ein Elektroslime. Nicht mehr Elektroslime, das will ich machen. Hier ist ein Dendroslime. Dendro? Oh. Someone needs assistance. Hm. Yeah. Das war ein bisschen schwer für Noelle. Vielleicht Dendro Slimes ist nicht unsere Vorteil. Aber trotzdem, die Behandlung des Behandlungslimes ist eine große Teil der Strategie des Kampf. Ich sehe. Notiert. Dendro Slime, ich mache das Ding an die. Someone needs assistance. Aber dann spielt es ja keine Rolle, ob ich es schaffen. Das nächste Ziel ist, ein Eye of the Store? I must leave no stone. Time to clean up. Voll irgendwie in der Zeit. Wie soll ich denn das schaffen? Someone needs assistance. Nein! Das Eye of the Storm geht weg! Das hätte nicht mal ich geschrieben in der Zeit. Das kenne ich. Das kenne ich zu gut. If only Amber or Miss Lisa were here. No. I can't think like that. As a knight, I must rely on my own strength. An der Stelle wäre ich schon links zu Ampo oder Lisa gegangen. Huh? But... In einer einheitlichen Gruppe lässt sich die Stärke des Ritters besser nutzen. Das macht Sinn. Selbst dein letztes zähnliches Ziel. Me? Huh? You think I can choose a suitable target? Die Wahl eines passenden Geh gehört ebenfalls zu deiner Ausbildung. Let me think. Huh? I should avoid enemies that I find difficult. And consider the power of teamwork. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ah, I've got it. I heard from Master Gene that there was a Hillytrill camp nearby. That often attacks traveling merchants. Even though driving away Hillytrills is usually something for the Knights. Maybe this time I can do it. Then nichts wie los. Hey, you and me. Irgendwie sind Lager? Das wird ja ein kleines Lager sein. I'll catch up. Noelle! Noelle! Wer ist das? Ich muss dir helfen! Oh. 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 Was ich schon mal haben. Oh. 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 Und hau so drauf, Noelle. Hau richtig fest auf den Dorf. Mach den. So. Und hier auch nochmal. Feste drauf. Und hier auch noch mal. Und hier auch noch mal. Zum Glück bist du unverlässig. Hast du Noel aus dieser Entfernung wirklich erkannt? Er scheint von dir ziemlich abhängig zu sein. Die Helichur waren alles andere als Schroff. Deine Absicht war eine andere. Deine Stärke liegt darin, andere zu beschützen. Das ist aber kein Grund, sich nur auf sie zu verlassen. Absolut, keine mehr davon. In any case, I'm extremely grateful to you both. Nein, kein Problem. Nur zu erfüllen meine Dutaten als Frau von Favonius. Frau von Noelle aus den Favonius zu Ihrem Service. Der Extra-Service. Denn ich bin pflichtbewusst. Der Beschützer-Instinkt ist ihre Stärke. So. 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 so gesehen in der nächsten Runde. habe ich gesagt